Tagesdosis Zwei neue Einrichtungen sollen der Regierung bei der Verhaltens- und Meinungsmanipulation helfen. Ein Kommentar von Norbert Hering Im Mai wurden per Resolution der Weltgesundheitsversammlung, dem Entscheidungsgremium der WHO, die Regierungen aufgefordert, mit verhaltenswissenschaftlichen Mitteln gegen sogenannte Desinformation in Sachen Gesundheit vorzugehen und die Nachfrage nach Impfstoffen zu steigern. Dazu die Meldung auf norberthering.de vom 31.05.2023, Zitat WHO-Mitglieder beschließen Resolution zur Manipulation der öffentlichen Meinung Auf der Weltgesundheitsversammlung in Genf haben die Mitgliedstaaten eine Resolution verabschiedet, die alle Regierungen und die Weltgesundheitsorganisation WHO auffordert, die Verhaltenswissenschaften verstärkt und systematischer zu nutzen, um, Zitat, gesundheitsbezogene Fehlinformationen und Desinformationen, Zitat Ende, zu konterkarieren und die Nachfrage nach Impfstoffen sicherzustellen. Zitat Ende Netzwerkverhaltensmanipulation Behavioral Science Connect stellt sich auf seiner Netzseite so vor, Zitat Wir sind ein Netzwerk von WissenschaftlerInnen und möchten mehr Sozial- und Verhaltenswissenschaft in politische Maßnahmen bringen, für bessere Gesundheit für alle. Das ist ein Fach-, Disziplin- und ressortübergreifender Ansatz. Die Vernetzung kann helfen, bei neuen Herausforderungen von bestehendem Wissen zu lernen. Was können wir beispielsweise aus dem Gesundheitsbereich für Klimaschutzverhalten lernen und umgekehrt? Zitat Ende Politik und öffentliche Verwaltung stehen vor der Aufgabe, wirksame politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu setzen, die es dem Einzelnen möglichst leicht machen, seine Gesundheit und die seiner Mitmenschen zu schützen. Teilweise sind hier, wie bei der Klimakrise, tiefgreifende System- und Verhaltensänderungen notwendig. Das Netzwerk bietet daher an, diese Veränderungen evidenzbasiert zu begleiten und die Gestaltung von politischen Maßnahmen und öffentlicher Kommunikation durch Expertise und Wissenssynthese zu unterstützen. Zitat Ende. Und die Adressaten wollen diese Unterstützung auch. Co-Organisatorin des Netzwerkes ist Prof. Julika Loss, die beim Robert-Koch-Institut den Fachbereich Gesundheitsverhalten leitet. Zweite Organisatorin ist Prof. Cornelia Beetsch von der Uni Erfurt, die während der Corona-Pandemie sehr eng mit dem RKI zusammengearbeitet hat und unter anderem die Befragungsreihe COSMO organisiert hat. Anfang Oktober richtete das Bundesgesundheitsministerium, dem das RKI zugeordnet ist, eine Tagung aus, die von Behavioral Science Connect, also von Beetsch und Loss, organisiert wurde. Darin stellten die beiden den eingeladenen Verwaltungsvertretern und Wissenschaftlern den ersten Bericht des Netzwerks vor, in dem sie fordern, mehr, Zitat, Sozial- und Verhaltenswissenschaft in politische Maßnahmen zu bringen. Zitat Ende. Cornelia Beetsch ist, wie berichtet, auf vielfache Weise während der Corona-Krise als Meinungsmanipulatorin in Regierungsdiensten tätig geworden. Zu den 47 angeschlossenen Beteiligten von Behavioral Science Connect gehören zum Beispiel die Nudge-Expertin Nina Helleberg von Nudge Concept München oder Miriam Jenny von der Universität Erfurt. Letztere war als frühere Leiterin der Propagandaabteilung des RKI, Zitat, Risikokommunikation, Zitat Ende, für eine Studie verantwortlich, die irreführend und öffentlichkeitswirksam behauptete, an neun von zehn Infektionen seien Ungeimpfte beteiligt. Sie zeichnete auch verantwortlich für eine hochgradig manipulative RKI-Broschüre zur Bewerbung der diskriminierenden 2G-Regelung. Institut für planetare Gesundheit Cornelia Beetsch ist auch Chefin einer anderen, jüngst gegründeten Institution zur Verhaltensmanipulation, dem Institute for Planetary Health Behavior, IPB. Wissenschaftliche Geschäftsführerin ist Miriam Jenny. Beetschs Ehemann, Tilman Beetsch, Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie in Erfurt, ist ebenfalls Teil des Teams. Am IPB will man, Zitat, menschliches Verhalten verstehen, um Gesundheit zu fördern und das Klima und die Umwelt zu schützen, Zitat Ende. Gefördert und erforscht werden soll, Zitat, klimagesundes Verhalten, Zitat Ende. Eine Erläuterung, was klimagesundes Verhalten ist, habe ich nicht gefunden, aber vielleicht versteht sich das ja auch von selbst. Das IPB nutzt den Begriff als Übersetzung von Planetary Health Behavior, was in enger Übersetzung ein Verhalten wäre, das mit Planetengesundheit vereinbar ist. Man sieht, der Begriff Gesundheit wird so weit gedehnt, wie es nur geht. Da kann noch einiges auf uns zukommen, von der sogenannten Weltgesundheitsorganisation und dem sogenannten Bundesgesundheitsministerium. In diesem Monat beginnt ein dreijähriges, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt des IPB namens Uncertain Team zur Optimierung der journalistischen Kommunikation der regierungsseitig sanktionierten wissenschaftlichen Wahrheiten, an dem das Beetsch-Ehepaar Jenny und andere gemeinsam arbeiten. Lauterbachs Gesundheitsministerium fördert mit einer knappen Million ein ebenfalls dreijähriges Projekt des IPB zum Hitzeschutzverhalten der Deutschen. Auch das Robert-Koch-Institut oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gehören zu den Projektförderern des Instituts, das erst zu Jahresanfang die Arbeit aufgenommen hat. Trotz allem lässt Cornelia Beetsch unbeirrt wissen, ihre Forschung sei unabhängig finanziert, insbesondere wenn sie in einem sogenannten Faktencheck-Buch die Wahrheiten der Regierung, von der sie finanziert wird, gegen sogenannte Mythen der Regierungskritiker verteidigt. Und auch ihre umfangreiche Gruppe Behavioral Science Connect schreibt ganz ungeniert, Zitat, Wir sind unabhängige WissenschaftlerInnen und haben keine Interessenskonflikte. Zitat Ende. Obwohl viele von ihnen für eine Behörde arbeiten, RKI, eng mit Regierung und Behörden zusammenarbeiten und viele ihrer Forschungen maßgeblich von der Regierung finanziert werden, haben sie bei ihren regelmäßig sehr regierungskonformen Aussagen angeblich keinerlei Interessenskonflikte. Ich würde denken, solche Falschaussagen fallen schon unter wissenschaftliches Fehlverhalten. ProfessorInnen, die regierungskritischer unterwegs sind, wird für weniger als das gekündigt. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolloot, am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolloot.net slash unterstützen. Apolloot ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolloot Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolloot.net slash newsletter. Natürlich gibt es Apolloot auch als App. Einfach auf apolloot.net slash app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben. Apolloot. Das denke ich auch. Das denke ich auch.